Hi, ich bin Thomas von Pulpo Warehouse Management System. Wir sind heute zu Gast bei Teleuropa in Daun. Teleuropa benutzt Pulpo WMS im Zusammenspiel mit Plenty Markets. Die Teleuropa GmbH wurde 1995 gegründet mit dem Versandhandel von Unterhaltungselektronik. Um weiter zu wachsen, haben wir uns vor Jahren entschieden, das Sortiment weiter auszubauen. Um diesen Wachstum weiter fortzuschreiten, war es auch notwendig, neue Digitalisierungsprozesse fortzuführen. So haben wir uns entschieden, vor einigen Jahren Plenty Markets als unser ERP E-Commerce System einzusetzen, womit wir dann auch die Möglichkeit hatten, auf allen bekannten und wichtigen Marktplätzen uns aufzuschalten. Wir führen euch gleich durch alle Lagerprozesse durch und zeigen euch, wie Teleuropa mit dem Einsatz von Pulpo WMS Zeit und Geld sparen. Hallo, mein Name ist Kevin Jung, ich bin Bereichsleiter und Bürokurist bei der Teleuropa GmbH. Wir sind ein stark wachsendes Online-Unternehmen und haben in den letzten Jahren und auch den Jahren davor immer stetige Wachstumszahlen gehabt. Das Riesenwachstum hat uns wirklich aus den Latschen gehauen. Wir hatten vielfältige Probleme, die es zu bewältigen gab. Darunter zählten zum Beispiel Packfehler, die Waltsche Ware wurde rausgeschickt. Wir haben so viele verschiedene Artikel. Als wir auf Lösungssuche waren für diese Vielzahl von Fehlern und Problemen, haben wir erst mal geschaut, was kann Plenty, was für Schnittstellen gibt es, da gibt es ja einige, und sind dann schnell auf Pulpo gestoßen und nahezu sind wir seitdem problemlos und geben Gas. Das Pulpo WMS bietet wirklich eine Lösung für alle Anforderungen, die wir an ein modernes Lager haben. Das fängt an bei der Einladung von Neuware und Retouren, Picken, Packen und auch das komplette Versenden inklusive Einlagerung und Lagerplatzverwaltung. Bei der Warenannahme gefällt mir besonders gut, man kann keine Fehler mehr machen. Das ist alles stark entweder Seriennummern oder ERN gestützt. Jeder Mitarbeiter muss die Ware scannen, so kann ein automatischer Abgleich stattfinden, ob alle Ware ordnungsgemäß eingetroffen sind und Differenzen dann später an die Sachbearbeiter melden. Nach dem Einlagern muss die Ware in die einzelnen Regalplätze geräumt werden. Durch die Lagerplatzverwaltung können wir genau feststellen, wo welche Ware liegt. Auch jeder Mitarbeiter, die Lagerleiter und wem wir da auch alle involvierten Personen haben, können genau sehen, in welchem Regalplatz was steckt, also unnötiges Suchen von Warengruppen oder einzelnen Waren fällt komplett weg. Unsere vollautomatisierte Schnittstelle von Plenty zu Pulpo gewährleistet, dass wir vollautomatisierend die Aufträge in der Pulpo haben und können dann auch sogar selektieren, welche Aufträge sind wichtig, welche sollen zusammengepackt werden, welche sollen zusammen rausgehen und können das auch speziell dann auch auf die einzelnen Mitarbeiter aufteilen, dass wir gewährleisten können, dass keine Ware zu spät unser Lager verlässt. Mein Pickprozess ist ganz einfach, der Picker sieht auf einen Blick in seiner App welche Aufgaben er noch zu erledigen hat. Pulpo bietet die Möglichkeit, dass wirklich jede Route intelligent vorgeschlagen wird. Der Picker muss sich also nicht mehr überlegen, wo muss er hin, wo steht die Ware, sondern kann direkt losmarschieren und geht dann von jedem Regalplatz zum nächsten, scannt diesen ab, nimmt sich dann die passende Ware aus dem Regalplatz, scannt die auch nochmal und Pulpo gleicht das ab. Wenn da jetzt ein Fehler passiert, wenn die falsche ERN gescannt wird, kommt direkt ein Signal, das geht nicht. Sollte mal ein Produkt nicht vorhanden sein, schlägt Pulpo automatisiert direkt den nächsten Lagerplatz vor, in dem sich ein zweites Stück befindet. Ist die Ware fertig gepickt, wird sie zum Packplatz gebracht. Der Packbereich untergliedert sich in zwei verschiedenen Teilbereiche. Zu einem findet nochmal eine Kontrolle statt, wurde auch die korrekte Ware kommissioniert. Zum anderen wird dann die Ware weiter verpackt. Sollte einmal Ware fehlen, auch kein Problem. Pulpo liefert automatisch einen neuen Pickauftrag, um die fehlende Ware heranzuschaffen. Nachdem alle Packaufgaben erledigt worden sind und die Versandkartons zum Versand bereitstehen, dann muss noch ein Paketaufkleber gedruckt werden. Auch kein Problem, ein Klick auf die Pulpo App und es kommt direkt ein Paketaufkleber direkt beim Packer raus. Ein großer Vorteil von Pulpo ist in meinen Augen die einfache Integration, denn man kann sein Lager ganz einfach skizzieren und aufzeichnen im Browser über eine komplett webbasierte Oberfläche. Den einzigen manuellen Aufwand, den wir tatsächlich physisch im Lager hatten, war das Anbringen der Etiketten. Das einzige was wir machen mussten, das ist unsere Mitarbeiter schulen, allerdings hatten wir maximal vier Stunden Aufwand damit. Die intuitive Bedienoberfläche von Pulpo lässt es wirklich zu, dass nahezu jeder Mitarbeiter mit dieser App klarkommt. Was mich besonders beeindruckt hat, war dieses Jahr die Inventur, die wir innerhalb von vier Stunden komplett abschließen konnten, wo wir im Vorfeld mindestens zwei Tage gebraucht haben. Die Hardware für das WMS war auch relativ schnell und simpel angeschafft. Das einzige was man braucht ist ein Android Handy und die App und dann kann es schon losgehen. Zusammengefasst haben wir ein System, was uns in allen Abläufen im Lager komplett unterstützt. Wir können uns sicher sein, dass keine Fehler mehr gemacht werden. Ware kommt pünktlich und auch zuverlässig beim Kunden an. Wir sind sehr zufrieden und können jedem mit gutem Gewissen Blenty Markets und Pulpo empfehlen.